Es gibt gute Neuigkeiten für alle Flugreisenden, die nach Berlin fliegen wollen. Sie brauchen bis auf Weiteres nicht zu befürchten, auf den abgelegenen, unübersichtlichen und unpersönlichen Großflugrafen anzukommen. Stattdessen können Sie als Touristen das stillgelegte Gelände besichtigen, das sich auch besonders für Filmaufnahmen eignet. Die Filmwirtschaft der Region wird also eine Blüte erleben. Wenn nicht gedreht wird, können dort die Auszubildenden im Flugtransportwesen unter besten Bedingungen üben. Morgen geht's weiter.